Dies ist ein Informationsvideo der Stadt Bern. Initiativen, Referenten und Volksvorschläge in der Stadt Bern In diesem Video erklären wir Ihnen, wie Sie in der Stadt Bern Initiativen, Referenten und Volksvorschläge ergreifen können. Zuerst geht es darum, was eine Initiative ist und wie Sie diese starten können. Danach wird erklärt, was ein Referendum ist und wie Sie dieses lancieren. Am Ende des Videos wird der Volksvorschlag behandelt. Initiative Sie haben ein Anliegen, über das die Menschen in der Stadt Bern abstimmen sollen? Dann können Sie eine Initiative starten. Eine Initiative ist ein Zeichen, dass viele Menschen sich bei einem Thema einig sind und etwas ändern möchten. Sie sammeln Unterschriften und wenn genügend Personen mitgemacht haben, kommt es zu einer Volksabstimmung. Mit Unterschriften können Sie beweisen, dass andere Menschen mit dem gleichen Thema unzufrieden sind wie Sie. Initiative, Vorgaben Wenn Sie für etwas in der Stadt Bern eine Initiative lancieren wollen, müssen Sie innerhalb von sechs Monaten 5000 Unterschriften für Ihre Initiative sammeln. Damit diese Unterschriften gültig sind und es zur Abstimmung kommt, gibt es verschiedene Regeln und Vorschriften. Wir erklären Ihnen in vier Schritten, wie Sie eine Initiative lancieren. Erstens Vorbereitungsarbeiten Es muss ein Initiativkomitee mit mindestens sieben Personen gebildet werden, die in städtischen Angelegenheiten stimmberechtigt sind. Vor Beginn der Unterschriftensammlung muss der Unterschriftenbogen bei der Stadtkanzlei zur Vorprüfung eingereicht werden. Spätestens am letzten Werktag vor Beginn der Unterschriftensammlung ist bei der Stadtkanzlei der bereinigte Unterschriftenbogen zu hinterlegen. Zu Beginn der Unterschriftensammlung veröffentlicht die Stadtkanzlei den Initiativtext sowie Beginn und Ende der Sammelfrist im Anzeiger Region Bern. Zweitens Unterschriften sammeln Es dürfen ausschliesslich Personen unterschreiben, die in städtischen Angelegenheiten stimmberechtigt sind. Der Unterschriftenbogen muss von der unterzeichnenden Person eigenhändig handschriftlich ausgefüllt werden. Jede Person darf eine Initiative nur einmal unterschreiben. Drittens Unterschriften einreichen und prüfen Die Unterschriftenbogen können bei der Stadtkanzlei laufend zur Kontrolle oder Beglaubigung der Unterschriften eingereicht werden. Spätestens am letzten Tag der Sammelfrist müssen alle Unterschriftenbogen bei der Stadtkanzlei eingereicht sein. Viertens nach der Einreichung Der Gemeinderat stellt das Zustandekommen der Initiative fest, wenn mindestens 5000 gültige Unterschriften gesammelt wurden. Wenn die Initiative zustande kommt, prüft der Gemeinderat diese auf ihre Gültigkeit. Eine Initiative darf unter anderem nicht gegen eidgenössisches oder kantonales Recht verstossen und darf nicht offensichtlich undurchführbar sein. Bis 30 Tage nach der Gültigkeitserklärung muss das Initiativkomitee die Finanzierung der Unterschriftensammlung offenlegen. Bei Gültigkeit legt der Gemeinderat die Initiative innerhalb von 12 Monaten seit der Einreichung dem Stadtrat vor. Der Gemeinderat hat die Möglichkeit, einen Gegenvorschlag zur Initiative auszuarbeiten. In diesem Fall kann die oben genannte Frist von 12 Monaten verlängert werden. Der Stadtrat kann den Stimmberechtigten die Initiative zur Annahme oder zur Ablehnung empfehlen. Empfiehlt der Stadtrat eine Ablehnung, kann er den Stimmberechtigten im Zuge der Abstimmung den Gegenvorschlag des Gemeinderats oder einen eigenen Gegenvorschlag unterbreiten. Werden Initiative und Gegenvorschlag in der Volksabstimmung angenommen, entscheidet eine Stichfrage. Sie sind mit einer politischen Entscheidung der Stadt Bern unzufrieden, dann können Sie das Referendum ergreifen. Mit einem Referendum zeigen Sie, dass viele Menschen in der Stadt Bern mit einer politischen Massnahme nicht einverstanden sind und darüber abstimmen möchten. Auch hier müssen es viele Personen sein, die einen Entscheid nicht gut finden und das mit ihrer Unterschrift bestätigen. Wenn Sie gegen einen politischen Entscheid in der Stadt Bern angehen möchten, müssen Sie innerhalb von 60 Tagen 1500 Unterschriften für Ihr Referendum sammeln. Damit diese Unterschriften gültig sind und es zur Abstimmung kommt, gibt es verschiedene Regeln und Vorschriften. Wir erklären Ihnen in vier Schritten, wie Sie ein Referendum lancieren. 1. Vorbereitungsarbeiten Vor Beginn der Unterschriftensammlung kann der Unterschriftenbogen der Stadtkanzlei zur Vorprüfung vorgelegt werden. 2. Unterschriften sammeln Die Sammelfrist von 60 Tagen beginnt mit der Publikation des Stadtratsbeschlusses, gegen den das Referendum ergriffen wird, im Anzeiger-Region Bern. Es dürfen ausschliesslich Personen unterschreiben, die in der Stadt Bern in städtischen Angelegenheiten stimmberechtigt sind. 3. Unterschriftenbogen muss von der unterzeichnenden Person eigenhändig handschriftlich ausgefüllt werden. Jede Person darf ein Referendum nur einmal unterschreiben. 3. Unterschriften einreichen und prüfen Die Unterschriftenbogen können bei der Stadtkanzlei laufend zur Kontrolle oder Beglaubigung der Unterschriften eingereicht werden. 4. Spätestens am letzten Tag der Sammelfrist müssen alle Unterschriftenbogen bei der Stadtkanzlei eingereicht sein. 4. Nach der Einreichung Der Gemeinderat stellt das Zustandekommen des Referendums fest, wenn mindestens 1500 gültige Unterschriften gesammelt wurden. 5. Personen oder Organisationen, die Unterschriften für das Referendum gesammelt haben, müssen bis 30 Tage nach der Feststellung des Zustandekommens die Finanzierung der Unterschriftensammlung offenlegen. 6. Die Volksabstimmung findet innert zehn Monaten nach der Feststellung des Zustandekommens des Referendums statt. 7. Sie finden einen Beschluss des Stadtrats nicht in Ordnung? Dann haben Sie die Möglichkeit, einen Gegenvorschlag zu unterbreiten, einen sogenannten Volksvorschlag. Ein Volksvorschlag ist eine direkte Alternative zu einem Stadtratsbeschluss, ein Gegenvorschlag. 7. Mit dem Sammeln von Unterschriften können Sie zeigen, dass auch andere Personen nicht mit dem Stadtparlament einig sind. 8. Das Volk stimmt dann über beide Vorschläge ab. 9. Der Unterschied zwischen dem Referendum und dem Volksvorschlag ist, dass es beim Volksvorschlag bereits einen ausformulierten Gegenvorschlag gibt, beim Referendum aber nicht. 9. Das Referendum und der Volksvorschlag führen aber beide, wenn genügend Unterschriften gesammelt werden, zu einer Abstimmung. 10. Volksvorschlag Vorgaben Wenn Sie gegen einen Beschluss vorgehen möchten, müssen Sie innerhalb von 60 Tagen 1500 Unterschriften für Ihren Volksvorschlag sammeln. Damit diese Unterschriften gültig sind und es zur Abstimmung kommt, gibt es verschiedene Regeln und Vorschriften. Wir erklären Ihnen in vier Schritten, wie Sie einen Volksvorschlag lancieren. 1. Vorbereitungsarbeiten Vor Beginn der Unterschriftensammlung kann der Unterschriftenbogen der Stadtkanzlei zur Vorprüfung vorgelegt werden. 2. Unterschriften sammeln Die Sammelfrist von 60 Tagen beginnt mit der Publikation des Stadtratsbeschlusses, dem ein Volksvorschlag gegenübergestellt wird, im Anzeiger Region Bern. Es dürfen ausschliesslich Personen unterschreiben, die in städtischen Angelegenheiten stimmberechtigt sind. Der Unterschriftenbogen muss von der unterzeichnenden Person eigenhändig handschriftlich ausgefüllt werden. Jede Person darf einen Volksvorschlag nur einmal unterschreiben. 3. Unterschriften einreichen und prüfen Die Unterschriftenbogen können bei der Stadtkanzlei laufend zur Kontrolle oder Beglaubigung der Unterschriften eingereicht werden. Spätestens am letzten Tag der Sammelfrist müssen alle Unterschriftenbogen bei der Stadtkanzlei eingereicht sein. 4. Nach der Einreichung Der Gemeinderat stellt das Zustandekommen des Volksvorschlags fest, wenn mindestens 1.500 gültige Unterschriften gesammelt wurden. Personen oder Organisationen, die Unterschriften für den Volksvorschlag gesammelt haben, müssen bis 30 Tage nach der Feststellung des Zustandekommens die Finanzierung der Unterschriftensammlung offenlegen. Die Volksabstimmung findet innert 10 Monaten nach der Feststellung des Zustandekommens des Volksvorschlags statt. Haben Sie Fragen? Melden Sie sich direkt beim Stimmregister der Stadt Bern. Wir helfen Ihnen gerne weiter. Sie finden uns im Erlacher Hof an der Junkerngasse 47, erreichen uns unter 031-321-5071 oder per E-Mail stimmregister-at-bern.ch Sie finden diese Informationen in der Box zuständige Stelle. Untertitelung des ZDF für funk, 2017